K.W. Kirche. Laudes. Das Morgengebet. Ja, wie das Leben so ist. Gestern kamen die Laudes ein bisschen zu spät. Das lag nicht an mir, das lag an den Podcastportalen. Spotify hatte wohl einige Probleme. Heute hoffentlich wieder pünktlich. Es ist Donnerstag, 18. April. Ich bin Oliver Kelch, Diakonatsbewerber aus der Stadtkirche Recklinghausen. Schönen guten Morgen. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auf jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Du gabst, o Herr, mein Sein und Leben und deiner Lehre himmlisch Licht. Was kann dafür ich Staub dir geben? Nur danken kann ich, mehr doch nicht. Mich selbst, o Herr, mein Tun und Denken und Leid und Freude opfer ich dir. Herr, nimm durch deine Sohnes Opfer, dies Herzens Opfer auch von mir. Ein Text von Johann Philipp Neumann Beten wir Psalm 89 Wie lange noch her, verbirgst du dich ewig? Soll dein Zorn wie Feuer brennen? Bedenke her, was ist unser Leben? Wie vergänglich hast du alle Menschen erschaffen? Wo ist der Mann, der ewig lebt und den Tod nicht schaut? Der sich retten kann vor dem Zugriff der Unterwelt. Herr, wo sind die Taten deiner Huld geblieben? Die du, David, in deiner Treue geschworen hast. Herr, denk an die Schmach deines Knechtes. Im Herzen brennt mir der Hohn der Völker. Mit dem deine Feinde mich schmähen, Herr. Und die Schritte deines Gesalbten verhöhnen. Gepriesen sei der Herr in Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Du Beschützer der Armen. Blick auf unsere Schwächen, unsere Ungerührtheit und Trägheit. Rüttel uns auf, dass wir den Unterdrückten zu Hilfe kommen. Lass uns dein Angesicht leuchten. Amen. Hören wir die Lesung. Wort des lebendigen Gottes. So beten wir jetzt den Lobgesang des Zacharias, das Benediktus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt, im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von Alters her, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht. An den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor seinem Angesicht alle unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Hören wir die Fürbitten Gott, unser Heil, du denkst an deine Verheißung und lässt nicht verzagen, die auf dich vertrauen. Wir rufen zu dir. Höre unsere Bitten. Gewähre uns den Geist der Umkehr und führe uns neu auf deinen Weg. Schenke uns den Mut, Tag für Tag auf dich zu setzen und öffne unsere Augen für deine Taten, die uns heute unter uns wirken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. All diese Bitten und unsere eigenen legen wir in das Vaterunser. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich hoffe, dieser Podcast ist pünktlich gestartet und gibt euch Kraft für den heutigen Tag. Bitten wir nun zum Schluss um den Segen Gottes. Ich freue mich schon auf morgen und möchte auch an dieser Stelle nicht missen. Am Wochenende gibt es eine KW-Kirche-Extra-Ausgabe zum Tode von Wichert von Roel. Er hat 2021 bei uns bei der Recklinghausen-Bibel mitgemacht, bei dem Projekt, was ich federführend organisiert hatte. Hatte dieses Projekt noch toll gelobt. Und ein Jahr später hat er durch einen Schlaganfall auch seine Sprechfähigkeit verloren. Wir werden die Aufzeichnungen, die wir haben, von Wichert von Roel. Er hat aus dem Markus-Evangelium in der Markus-Kirche rezitiert, werden wir noch einmal in Gedenken seiner am Montag bei Radio Fest um 20 Uhr spielen. Die Sendung ist am Samstag bereits als Podcast verfügbar. Möge Wichert in Frieden ruhen. Bitten wir nun um den Segen Gottes. Lasst uns beten. Ewiger Gott, in dieser österlichen Zeit erfahren wir Deine Barmherzigkeit in reicher Fülle, denn Du hast uns aus der Finsternis des Irrtums herausgeführt. Gib, dass wir Deine Wahrheit gläubig erfassen und in unserem Leben festhalten. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns alle zum ewigen Leben. Amen. Keyboard Magazin und Töne der Stadtkirche Recklinghausen Grüß euch, ich bin Oliver Kelch, Diakonatsbewerber der Stadt Recklinghausen. Keyboard, das ist euer neues Magazin mit News und Tönen aus der Stadtkirche. Die Probstheifarrei St. Peter, die Pfarrei Liebfrauen, die Pfarrei St. Antonius. Die haben eine Menge zu bieten an Termine, News und Tipps und die finden hier ab sofort ihren Platz. Nicht nur die Kirchengemeinden kommen bei uns zu Wort, nein, in den Reportagen, Interviews und News gibt es natürlich auch die Vereine, Verbände, Einrichtungen, Organisationen der katholischen Kirche hier bei uns in der Stadt. Keyboard entsteht im Rahmen meiner Ausbildung zum Diakon als sogenanntes Praxisprojekt. Ich freue mich, wenn ihr uns hört und uns weiterempfehlt. Also, wir hören uns bei Keyboard, dem neuen kirchlichen Magazin der katholischen Kirchen in Recklinghausen. Also, wir hören uns über die Future anarchZene. Dann elvenwijh Metalikfleisch. Also, Oakland gustaría, Kommandiki box, Praxisprojekt, Foto, der Stadt wird mit Hilfense Over repair.